freunde willkommen zu einem neuen video von basement 45 heute mit hidden jams den versteckten juwelen und oder diamanten aus der platten sammlung wie komme ich darauf ich habe ja vor gar nicht allzu langer zeit der weine perch gemacht also ich habe die war die die sammlung entschlackt bisschen ausgedünnt und gucken was ich brauche was ich nicht mehr höre ging in den laden dabei habe ich mal geguckt mensch höre ich die mit disco verglichen was ist da passiert in der zwischenzeit oder was generell da mal passiert ist und da habe ich so eine handvoll alben da bin ich aus dem stuhl gefallen dann bin ich echt nach hinten umgekippt was damit den preisen los ist und ja ich sage euch mal bin ich froh dass ich die noch habe und nicht weggegeben habe teilweise auch meine lieblings alben und dann habe ich mal geguckt ja also die preise heutzutage ich sage euch mal was ich meine beatles please please me und andere knüller von der hör zu hat mich sogar zweimal beides in einem wirklich fantastischen zustand ich wusste dass die gar nicht so günstig ist und was aber mittlerweile ist ich glaube weit im dreistelligen bereich schon mal hier das ist also meine version ich glaube die gibt es nur eine vinyl ist da wie neu ich habe zwei davon alles gut warum so ein hype die hört zu die beatles gilt als eine der best klingendsten schallplatten der beatles und ja also klingt wirklich tadellos die zentrale tanzschaffer der weltberühmten vier aus liverpool sehr sehr cool schön zwei davon zu haben ich kann aber nur eine hören ich muss gucken ob ich die einen in den laden lege die war eine sammlung dabei ich habe die einfach weggestellt weil ich wusste ich habe eine und die waren wir so bei 50 60 euro ja ich glaube mittlerweile ein bisschen schwindelig geworden guckt selber mal nach wie die platte liegt wenn ihr die habt freut euch denn ihr habt sicherlich einer der best klingendsten schallplatten von den beatles die es gibt also hört zu ist oder war auf jeden fall label was videos auch damals gemacht haben weiß ich nicht aber der der klang ist tadellos es macht riesen spaß die dinger zu hören dann gar nicht so lange her 2019 die habe ich eingepackt damit das cover da weil es weiß ist irgendwie nicht so geschädigt wird 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 the crow soundtrack 2019 hatte ich noch keinen plattenladen war ich in dortmund unterwegs zum recordstor day habt mir die bei black plastic geholt und auch da mittlerweile ich glaube 180 euro wollen die dafür haben weil die ist weiß und schwarz zweifarbig ich glaube den gab es kurz danach normal zu kaufen ja aber in letzter zeit auch die wieder explodiert also einer meiner lieblings filme den soundtracks musste ich haben it can't rain all the time natürlich von violent femme call me once und von the cure burn kannte ich gar nicht aber es ist so ein geiler titel und ergibt die stimmung des filmes da so gut wieder und ja ob es schön zu wissen ist dass sie jetzt so teuer ist oder nicht weiß ich gar nicht ich habe sie ich höre sie und ich freue mich aber des koks ist es schon eine interessante nummer zumindest bei der preisentwicklung dann hatte ich mal vor längerer zeit eine scheibe mir aus der sammlung geholt deutscher krautrock auf dem pilz label dies irale first ich glaube das erste und letzte album von denen ich kenne mich da nicht so wahnsinnig aus in einem zustand da wird die schwindelig würde so mancher sammler sagen die ist wie neu also eine pilz pressung auf dem pilz label natürlich platte und cover in einem tadellosen zustand also da kann ich wirklich nm sagen niemand was aber viel viel cooler ist als der umstand dass die jetzt so teuer ist und nicht in so einem tadellosen zustand habe ist das ist einfach coole coole mucke ist und es lohnt sich da mal rein zu hören die jungs haben spaß bei den aufnahmen es ist so allein das erste lucifer wie der darum brüllt lose war es ist total kurzweilig es geht hin und her weiß eigentlich nie wann der nächste titel kommt oder was er bringt aber dies irale first in diesem zustand schön jetzt weiß ich warum der diskox wert bei meiner sammlung so hoch ist zumindest erklärt dass sich durch diese scheibe ein bisschen dann eins meiner absoluten lieblingsalben ist wirklich ist jamie der pursuit gibt es immer noch keine repress das war jetzt in der sammlung dabei das habe ich mir mal unter den nagel gerissen ja ich liebe das album ich wusste gar nicht dass es auf vinyl zwei songs mehr gibt als auf cd ich habe sie jahrelang nur auf cd gehört aber hier ist ein fantastisches cover von don't stop the music drauf von von rihanna der cover das ganze hier ansonsten ist es ein jazz pop album bis main stream ich aber es ist einfach es hat einen fluss just one of those things wenn ihr euch das mal anhört allein vom cover her genau so kann man die musik beschreiben also der neben jazz dreht ihn durch den pop wolf oder durch den fleischwolf wie auch wollt und macht daraus ein cooles album mit mit jazz standards und den absoluten burner an titel und das ist mixtape einer meiner lieblings titel er war und wird wohl immer so bleiben aber mixtape von jamie cullum ist bestimmt oder den top ten lieblings titel in aller zeiten von mir wahnsinnig starker album von von a bis z von jeder seite kann man durchhören es wird absolut nicht langweilig also falls ihr das nicht kannte hört mal rein jamie cullum the pursuit lohnt sich wenn ihr das findet nimmt es mit denn der preis ist auch weit weit im dreistelligen bereich das ganze geht weiter mit lp lost on you habe ich mir mal für paar euro gekauft das ganze auch damals nicht in die hülle passt in meiner hülle sonst mache ich das nie diese version die hat dann später ein anderes cover dazu gemacht extrem übertrieben mehrere hunderte euros für diese lost on you von von lp aber ein sehr sehr geiles album zehn stücke ihr kennt natürlich 23 waren ganz hoch in den charts mega cooles album höre ich immer wieder gerne jetzt wirklich beide weintel perch mal reingeguckt und da wird hier echt schwindelig was dafür aufgerufen wird vor allen dingen warum ich glaube das gibt es noch relativ gut oder den repress relativ gut auch für 0 weiß ich gar nicht aber diese version mit dem schwarz weißen cover total abgefahrene preise aber so ist die welt ich habe ich freue mich natürlich machen wir mal weiter ich glaube das kann ich hier noch zeigen zumindest ist nicht zu viel nackte haut darauf es ist ein album von einer band die ich nicht höre und ich weiß wirklich nicht ob ich das jetzt behalten soll wegen des kurses den die platte auf für den die aufgerufen wird oder ich noch mal rein höre ich entscheide mich da noch es geht um stil panther balls out auch hier gibt es als repress das ist das original der damaligen zeit sehr sehr cooles cover musik ist jetzt nicht meins ich habe es irgendwie mal behalten ich muss mich damit wirklich noch mal auseinandersetzen aber aufgrund des covers schon mal bleibt es auf jeden fall in der sammlung sehr sehr stark sowieso coole jungs aber auch hier für die original pressung schwindel erregende höhen gibt es allerdings glaube ich ich glaube ich gesehen zu haben als relativ günstiges repress also wenn eine ahnung habe warum das ganze so explodiert schreibt es mir gerne in die kommentare oder wenn du sagst boah die suche ich die hätte ich gerne schauen wir mal ich weiß noch nicht was ich damit mache ist aber auf jeden fall schön dass sie mir wieder in die hände gefallen ist genauso wie was ich überhaupt nicht höre und trotzdem noch habe und ich weiß nicht warum muss ich mal schauen ist so eigentlich ist the fireman electric arguments das ist eine band von und mit paul mccartney sehr alternative mäßig das ganze fantastisches cover artwork vielleicht habe ich sie deshalb behalten ich habe sie ein paar mal gehört es ist nicht so wirklich meins aber als original pressung aus 2008 2007 irgendwie so auch das wieder weit im dreistelligen bereich genau das ist paul mccartney und youth also wenn youth irgendetwas sagt der hat mit paul ein album gemacht zusammen nennen sich die fireman und ja paul mccartney sehr elektrifiziert sehr sehr roh sehr rau das ganze sehr alternative mäßig aber vom klang her wirklich ultra roh und leicht überdreht und fast gitarren dabei eigentlich ein cooles album es geht aber nicht so richtig an mich was kommt hier in so einer plastikhülle schaut mal paul mccartney und youth the fireman ich glaube die haben drei alben gemacht das war das erste korrigiert mich wenn ich falsch bin auf jeden fall schreibt mir gerne in die kommentare ja das waren so ein paar highlights aus meiner sammlung der der ganzen highlights die ich daraus gefischt habe hätte ich wirklich nicht gedacht wie sich die preise entwickeln verrückt dass man irgendwie einfach nur abwarten muss und dann laut discox schon zumindest einen großen wert hat ob die platten am ende wirklich so viel wert sind das weiß ich das ist nicht so man muss sie auch erstmal dafür verkaufen aber es ist interessant zumindest sieht man eine preisentwicklung wo es hingeht zumindest bis zum nächsten repress aber hier so sachen ist natürlich toll wenn man so was hat ich habe nicht viele pilz sachen weil mir das meiste nicht gefällt das ist aber cooler blues rock krautrock mäßig echt stark vor allen dingen die zwei beatles die zwei beatles scheiben also ja das waren sie paar meiner hinten jams aus meiner plattensammlung vielleicht mache ich noch eine folge wenn wir da noch unschlüssig aber ich habe noch ein paar sachen die ich zeigen kann und wenn ihr hidden jams habt macht doch mal ein video oder schreibt doch mal in die kommentare was ihr demnächst oder vor kurzem rausgefunden habt womit ihr auch gar nicht gerechnet hätte dass es so teuer ist oder so viel wert sein kann zumindest laut discox was er immer so ein bisschen schwammig ist ansonsten als musiktipp wenn ihr die habt vielleicht habt ihr wirklich noch mal rumliegen und wenn ihr die verkaufen wollt die bringt echt kohle allerdings würde ich die behalten denn klanglich waren die beatles wohl nie besser als hier also danke fürs zuschauen des kurzweiligen videos hidden jams in der plattensammlung ja und wir sehen uns beim nächsten video also bis dahin macht's gut